Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, seit der Schulgründung im Jahre 1971 und mittlerweile somit seit 50 Jahren, haben wir es uns als Schulgemeinschaft nicht nehmen lassen, die vorweihnachtlichen Freuden miteinander zu teilen. Wie wir alle wissen, liegt heuer eine besonders schwere Zeit hinter uns, was das Miteinander betrifft. Deshalb haben wir uns entschlossen, unsere traditionelle Weihnachtsfeier auf ganz andere Art durchzuführen. Unsere heurige Weihnachtsfeier kommt als Videobotschaft in eure Klassen und in eure Häuser. Die Idee dazu und die Initiative kommt von unserer Chorleiterin Frau Desiree D'Esser, die sich viele Gedanken gemacht hat, wie wir trotz allem einige stimmungsvolle Beiträge in unsere Klassen bringen können. Dafür möchte ich mich im Vorfeld ganz herzlich bedanken. Mein Dank geht auch an all jene Schülerinnen und Schüler und Kolleginnen und Kollegen, die uns durch ihre Beiträge die Weihnachtsfeier so schön machen. Auch ich habe die Zeit der Vorbereitung zu meinen heutigen Ansprachen genutzt und unser vergangenes Jahr im Geiste noch einmal Revue passieren lassen. Wir sind ja nun bereits im dritten Schuljahr, wo uns Corona bei vielen unserer Aktivitäten und Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung macht. Trotzdem durfte die Schulgemeinschaft auch heuer wieder wunderschöne Zeiten bei unseren Zusammenkünften erleben. Ich möchte in diesem Zusammenhang an die schönen Wanderungen, unseren Sporttag, die vielen anderen sportlichen Aktivitäten wie unseren Marathon und natürlich unseren alternativen Projekttag erinnern. Groß war auch die Freude, als unsere ersten und zweiten Klassen erstmals die iPads in Empfang nehmen durften und mit Hilfe unserer Informatikkustoden installieren konnten. Ganz besonders wichtig war es, die Weihnachtsstimmung am Anfang des Advents ins Haus zu bringen. Wie jedes Jahr sind auch heuer wieder wunderschöne, gut duftende Adventkränze entstanden. Und es steht ein ganz besonders schöner Christbaum in unserer Eingangshalle. Liebe Angehörige der Schulgemeinschaft, wir befinden uns in einer sehr schwierigen Zeit. Das Leben ist kompliziert geworden, so wie wir es noch nie zuvor gekannt haben. Halten wir durch, stehen wir uns bei, stellen wir das Gemeinsame vor das Trennende, um gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Weihnachten ist das Fest der Familie. In den Medien wird uns oft gerade um Weihnachten eine heile Welt vorgespielt, die oft nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. Lasst euch dadurch nicht irritieren und genießt Weihnachten so, wie es in euren Familientradition ist. Zum Abschluss möchte ich allen noch gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2022 wünschen. Tschüss. 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 Wie gelang der Frau, der Himmel, für heute und so. Die erste Kerze brennt für Stille, für Ruhe und Gemütlichkeit, für Herzlichkeit und für den Wille, zur Ruhe und Behaglichkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Snowflakes, Snowflakes, dance around. Snowflakes, Snowflakes, touch the ground. Snowflakes, Snowflakes, Snowflakes in the air. Snowflakes, Snowflakes everywhere. Snowflakes, Snowflakes around. Snowflakes, Snowflakes. Snowflakes, Snowflakes, Snowflakes. Snowflakes, Snowflakes, Snowflakes. Die zweite Karte brankt für Hoffnung, für die Kraft und für den Glauben, für die Vernunft und für die Achtung und für die weißen Friedensdauben. Musik 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 Merry Christmas. May the peace and blessings of Christmas be yours and the upcoming year be filled with happiness. Musik Musik Die dritte Karteband für Anstand, für Respekt und auch für Güte, für Gerechtigkeit und für Verstand, für eigene Gemüte. Musik 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 Advent Bethlehem Christbaum Drei Könige Engel Glocke Geschenk Geschenk Heiligabend Ihr Kindereinkommet Fingerbells Kinder Kekse Klameter Klameter Mistelzweig Nussknacker Orang Bursch Quietschenspielzeug Rentiere Sternenspitze Tanne Ungeduld Vanillekippe Vanillekippe Weihnachtsschlitten X-Mas Ja Zimtstangen Wir haben Drei 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 Musik Musik Die vierte Kerze brennt für Liebe, für das Wichtigste auf dieser Welt. Es gebe nichts, das uns noch blieb, während ich sie als Nummer 1 gestellt. Musik 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 Wir brauchen noch einen Christbaum Rechts, links, rechts, links! Wir haben noch keine Christbäume gefunden. Der ist doch viel zu klein. Ich werde ihn gut gießen. Leider nix geworden. Aber ein Kadaver, du wirst jetzt groß. Was zu Weihnachten nicht fehlen darf. F für Frieden. R für Ruhe. O für ohne Streit. H für Harmonie. E für Entspannung. W für Weihnachtslieder. E für ein tolles Fest. I für immer freundlich. H für Herzlichkeit. N für nicht streiten. A für auch Geschenke. C für Christen. H für Hoffnung. D für tolle Weihnachtsferien. E für ein gutes Essen. N für neue Kekse. Frohe Weihnachten. Boldo Corazion. Feliz Navidad. Sretan Vodac. Buone Perle. Vesele Prozic. Feliz Natal. Merry Christmas. Goehe Weihnachten. Goehe Weihnachten. A weg für mich umme, wann ich frier aufbestimmt. Kindle fein, Kindle klein. ver- Genere Rogue und Lass mich trösten. Lass mich lachen. Wolf mit Plutus gesehen. Saint... Eich sei. Hiリor. Lass mich trösten. Lass mich tröten. Lass mich lachen. Lass mich lachen. Lass mich leach. Bekash mi mit Fava.